Wie schon gesagt, warst du da ganz anders. Während ich mit 10 Jahren unsportlich war, lieber im Haus las und mich von Menschen eher fernhielt, ranntest und tuktest du im selben Alter draußen herum und warst so drahtig wie ein junger Hund. Du wolltest immer irgendwo hin, hattest immer etwas vor, hattest den Drang, das Haus zu verlassen, nicht stehen zu bleiben und niemals zu ruhen. Du warst Zauberer und Abenteurer und Tierdarmtörntaucher, du warst Seeadler und wolltest fliegen und schwimmen und rennen und tauchen und alles, bis es eben vorbei war. Tim der Fisch. Tim, der das Meer so liebte und dann vor zwei Jahren so übertrankt.